MPPT Solarladeregler aus der Familie der Ladegeräte. Ladegeräte laden deine Bordbatterie, in diesem Fall vom Solarpanel. Die Solarladegeräte sorgen dafür, dass die unterschiedliche Spannung und der unterschiedliche Strom, der aus den Solarpanelen kommt, so angepasst wird, dass die Batterie vernünftig geladen wird. Es gibt unterschiedliche Typen von Solarladereglern. Der MPPT hat sich durchgesetzt. Der MPPT Solarladeregler sorgt immer dafür, dass die Batterie mit der maximalen Leistung, die das Solarpanel zur Verfügung stellen kann, optimal geladen wird. Der MPPT Solarladeregler Der MPPT Solarladeregler